Hallo liebe Radsportfreunde, ich bin gerade von Rötchen gestartet, ich fahre heute mit dem Brennrad und ich möchte eine Berg- und Taltour machen. Ich fahre zweimal ins Ruhrtal und einmal ins Perlenbachtal und dann natürlich auch wieder die Berge hoch. Also, sagen wir mal, bis später. Tschau. Hier bin ich gerade hergekommen, mit meinem wunderbaren Fernblick in die Eifel. Das ist ein kalter Herberg, da fahre ich jetzt gleich hin. Und hier geht es weiter erstmal ins Ruhrtal. Also dann, bis später. Und jetzt gibt es hier eine schöne Abfahrt ins Ruhrtal Richtung kalter Herberg von Münzenich aus. , bis später. Mein Gott, ich bin jetzt hier die Eifel, ich bin jetzt hier. Die Eifel, ich bin jetzt live. Immer live in der Eifel. Und jetzt bist du mal. Hier bin ich hier bin. Hier bin ich hier in der Eifel. Hier bin ich hier. Ich bin hier. Hier bin ich hier. In der Eifel ist, die Eiffel ermöglete, die Eifel, wir können hier immer wiederholen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020